Als Kind wollten Sie sein wie? Wie Olga Nemes. Sie ist eine tolle Tischtennisspielerin gewesen. Und von ihr hatte ich ein großes Plakat, ein Poster bei mir im Kinderzimmer. Und ich selbst habe Tischtennis gespielt. Wollte mal so werden wie sie, aber geklappt hat es nicht. Heute bin ich in der Politik. Dann wurde es die Politik. Warum? Wahrscheinlich, weil ich es gar nicht geplant hatte. Ich bin direkt von der Seite eingestiegen, war vorher Journalistin, Chefredakteurin in einer Redaktion. Und dann war der Wahlkreis für die Bundestagswahl frei. Ich bin angetreten, in den Bundestag eingezogen, habe den Wahlkreis mehrfach direkt gewonnen. Und dann blieb es bei der Politik. Schon lange her. Aber wenn ich wirklich keine Termine habe, habe ich am liebsten Gottesdienstgang oder Ausschlafen oder umgekehrt. Und gut frühstücken, Zeitung lesen, die Familie und die Liebsten um mich rum und einfach es laufen lassen. Das tut gut.